Jeder empathische Mensch, der weiß, was eine toxische Beziehung ist, kennt die quälende Erfahrung, dass sein Leiden offensichtlich ist, dass seine Argumentation schlüssig und nachvollziehbar ist und dass die Verletzungen, die er in der Beziehung erleidet, für einen Blinden mit Krückstock sichtbar sind. Nicht aber für den Partner. Hier scheint es, als würden ihm die Wahrnehmungsorgane für die emotionale Misshandlung fehlen und auch für jede folgende Erklärung. Und so ist es auch. Man kann ihnen erklären, erklären und erklären. Man kann es leise tun, sanft, laut, ausführlich, ausschweifend oder weinend. Man kann es auf Kiswahili singen oder es im Kreis tanzen. Das Ergebnis ist irgendwie immer dasselbe. Es kommt nichts an. Und wenn, ist es nur ein kleines bisschen und es ist andern Tags auch schon wieder weg. Nie aber reicht es, damit der andere die Verantwortung übernimmt, fühlt, was er angerichtet hat und alles daran setzt, diesen Missstand zu beenden. Stattdessen leidet man unter dem Fortbestand der Misshandlungen, aber auch zunehmend unter der Erkenntnis, dass dieser Mensch eigentlich alles tut, um die Beziehung tödlich zu verwunden. Es scheint, als sei es ihm völlig egal, ob er uns verliert, als sei es ihm einerlei, ob und wie schwer er uns verletzt. Auch das kann einen wahnsinnig machen in einer Beziehung mit einem Narzissten, Soziopathen oder Psychopathen. Anstatt also alles daran zu setzen, die Beziehung zu erhalten und sie für den anderen überhaupt lebbar zu machen, scheinen sie wohl alles daran zu setzen, sowohl die Beziehung als auch den Partner zu vernichten. Und dann gibt es nichts, kein Wort, keine noch so verstehbare Erklärung, keine noch so offensichtliche Not, die die Tür dafür öffnet, vom anderen verstanden zu werden. Woran liegt das? Warum versteht der andere das Offensichtliche nicht? Warum scheint er nicht mal das kleine Einmaleins des wohlwollenden, rücksichtsvollen, produktiven Miteinander zu verstehen? Warum ist er völlig unzugänglich für die Verletzungen, die er dem anderen zufügt? Warum erklärt man sich wieder und wieder und kapiert ja auch selber nicht, dass das offenbar zu nichts führt? Wie kommt es zu diesem riesigen Unterschied in der Wahrnehmung einer Situation? Der toxische Partner kann sich alles herausnehmen und ist imstande, das Leid, das er auf andere projiziert, komplett auszublenden, so dass er dann auch nicht versteht, wenn man es ihm erklärt. Wie kommt das? Diese Fragen klären wir in wenigen Momenten. Hier ist Tanja Grundmann von tanja-grundmann.de, der Website für toxische Beziehungen, Affären und Hochsensibilität. Ich bin Autorin des Buches Einseitiger Beziehungswunsch, wenn Männer nicht verbindlich werden, erschienen im EK2-Verlag. Das habe ich unten in der Infobox verlinkt. Ich bin seit vielen Jahren Beraterin für toxische Beziehungen, Affären, Dreiecksbeziehungen und Reifungskrisen. Ich begleite Menschen durch diese schmerzhaften Situationen hindurch, helfe ihnen heraus, wenn es nötig ist, und natürlich zu verstehen, was da eigentlich genau passiert ist und wie man daran wachsen kann. Wenn du eine persönliche Beratung brauchst, bist du herzlich eingeladen, meine Website zu besuchen oder das unten verlinkte Kontaktformular zu nutzen. Auf meiner Website findest du auch meine Seminarangebote und ein hochwertiges Gratis-E-Book, das du herunterladen kannst. Und wenn dir meine Beiträge gefallen, klick den Abo-Button, so verpasst du keinen meiner Podcasts. Wir gehen immer mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit davon aus, dass andere sehen, was wir selber sehen. Dass die Welt für den anderen genauso aussieht wie für uns. Dass für den anderen das für uns Offensichtliche genauso sichtbar und erfahrbar ist. Spätestens die letzten drei Jahre haben uns allen ja deutlich gezeigt, dass Menschen offenbar etwas völlig Unterschiedliches sehen. Und wenn nun in einer toxischen Beziehung unsere Vermutung, der andere müsste doch sehen können, was ich sehe, also das, was offensichtlich zu sein scheint, nämlich, dass er uns verletzt, wenn das nicht zutrifft und wir dann eigentlich bemerken müssten, dass unsere Bilder mit denen eines anderen Menschen nicht übereinander passen, dann halten auch wir nicht inne und erlauben dieser Beobachtung, dass sie sich zeigen und entfalten darf, sondern wir gehen dagegen an. Wir versuchen es immer und immer und immer wieder, uns verstehbar und wahrnehmbar zu machen. Manche Menschen machen das ein Leben lang, immer in der Hoffnung, der andere könne mich vielleicht dieses Mal verstehen. Nein, durch Wiederholung wird es nicht besser. Besser ist, wir erkennen an, dass nicht jeder dasselbe sieht, denn das Unverständnis des anderen zeigt es ja deutlich. Und ich erkläre, inwiefern und warum das so ist. Wir werden mit einer tiefgreifenden Wahrnehmungsstörung konditioniert. Unsere Wahrnehmungsorgane gehen nämlich nach außen und wir sind konditioniert zu glauben, dass es da draußen eine Welt gibt. In Wirklichkeit jedoch bildet sich das, was wir sehen, in unserem Gehirn ab. Die Stimme, die du gerade hörst, bildet sich in deinem Gehirn ab. Es ist alles im Innen. Ob und was da draußen ist, das lasse ich in diesem Video mal beiseite. Um also ein akkurates, vollständigeres Bild zu bekommen, ein integrales Bild von der Welt, müssen wir also nach innen schauen. Anders ausgedrückt, wir müssen uns selbst wahrnehmen. Wo spüren wir denn all die Impulse, die kleinen Informationen, ob etwas richtig ist oder sich irgendwie schräg anfühlt? Wo nehmen wir die vielen kleinen Eindrücke und Empfindungen wahr, die uns Auskunft über die Situation geben, in der wir gerade stecken? Na, im besten Fall im Innen. Wenn ein Mensch aber jetzt mit der Aufmerksamkeit dauernd im vermeintlichen Außen oder in Gedanken unterwegs ist und sich selbst kaum bis gar nicht wahrnimmt, wie viel kriegt er dann von der Welt mit oder von seinem Gegenüber? Menschen, die sich selbst nicht spüren, verdrängen nicht nur viel, sondern sie können die Welt nicht richtig wahrnehmen und interpretieren. Das ist das, was toxische Personen hauptsächlich ausmacht. Sie sind nicht da, sie sind nicht präsent. Wenn sie zu uns sprechen, sprechen sie zu einem Hologramm, einem Bild, das sie sich von uns gemacht haben, mit dem wir oft herzlich wenig zu tun haben. Sie projizieren auf uns am liebsten ihr eigenes verdrängtes Material und machen damit aus uns jemanden, der wir gar nicht sind. Schon mal erlebt? All die Anklagen, Verdächtigungen und Vorwürfe, die man von den Toxischen bekommt, noch wehren sie genau das, was sie vorwerfen, selber tun. Jeder, der schon mal in einer toxischen Beziehung war, kennt dieses Phänomen, dass sie einem vorwerfen, was sie im Moment selber gerade tun. Und ja, ohne es zu merken. Sie merken es wirklich nicht. Das ist ja das Wesen der Projektion. Und je schlechter die Eigenwahrnehmung ist, desto projektiver ist die gesamte Wahrnehmung. Sie nehmen nur wahr, was sie für möglich halten und was sie brauchen, um ihr verdrängtes Material unter Kontrolle halten zu können. Aber auch unsere Wahrnehmung ist in dieser Situation projektiv. Anstatt diesem immer wiederkehrenden Eindruck, man werfe uns vor, was der andere gerade selber tut, mal etwas Raum zu geben, das zu beachten und zu reflektieren, gehen wir darüber hinweg und halten an unseren Vorstellungen fest. Der Vorstellung zum Beispiel, dass niemand wirklich so ist, dass niemand so etwas tun würde, niemand ist so ungerecht, dass jeder so sein müsse wie ich selbst, dass man niemandem so etwas wie eine Projektion oder eine Gemeinheit unterstellen dürfe, mal abgesehen davon, dass das keine Unterstellung, sondern eine Feststellung wäre. Denn auch wir halten an unseren Bildern von der Welt fest. Leider geht das bei uns dann natürlich immer gleich nach hinten los und wir versuchen es dann immer und immer wieder. Bleiben in toxischen Freundschaften, Beziehungen und Systemen viel zu lange, nur weil wir uns das irgendwie nicht vorstellen können. Dazu habe ich ein Video gemacht, toxische Beziehung, deshalb kommst du nicht von ihm los, wie du ihm deine Seele leistest, das steht auf dem Thumbnail, das habe ich unten verlinkt. Auch das Video darüber, wie unser Überlebenssystem funktioniert und diese Beziehungen maßgeblich bestimmt ist, unten verlinkt und erklärt nochmal manches genauer, was ich hier nur anreiße. Gut, also die Weigerung, klarer sehen zu wollen oder zu können, haben beide Partner in einer toxischen Beziehung. Ich komme nochmal zurück auf die Feststellung, dass das Maß an Eigenwahrnehmung darüber bestimmt, wie ich die Welt sehe, also wie integral, wie vollständig ich ein größeres Bild sehen kann. Also komplexe Zusammenhänge. Menschen mit einem hohen Grad an Eigenwahrnehmung, man kann auch sagen an Präsenz, haben einen viel größeren Wahrnehmungsradius als diejenigen, die nicht bei sich sind. Das kennen alle Hochsensiblen, die haben immer schon mehr wahrnehmen können als andere und sind dann für verrückt erklärt worden. Also jeder, der jetzt zuhört, der hochsensibel ist, kennt das. Ist dir schon mal aufgefallen, dass toxische Menschen zwar eine intellektuelle Intelligenz haben können, es ihnen aber komplett an der emotionalen Intelligenz mangelt. Letztere ist die wichtigere. Von dort kommen Weisheit, ein verlässliches Gewissen, der ethische Kompass und das Wertesystem. Von dort kommen echte Empathie und wirkliche Orientierung. Auch Liebe kann nur von diesem Ort kommen. Intellektuelle Intelligenz ohne Weisheit ist fragwürdig und je nachdem sehr gefährlich. Auch das kann man im Moment auf der Weltenbühne überall sehen. Das Richtige wird als falsch deklariert, das Falsche als richtig. Die wirklich klugen Menschen werden im Moment überall unterdrückt von jenen, denen jede Weisheit fehlt. Gut, das sind die Emissionen des Ego-Bewusstseins, was gerade dabei ist, vor unseren Augen zu verglühen. Nur wer sich selbst differenziert wahrnehmen und im Inneren verweilen kann, ist imstande, Verantwortung zu übernehmen und zu spüren, was richtig und was falsch ist. Und nur von dort kommt die Fähigkeit einzuschätzen, auch was einem anderen Menschen zuzumuten ist. Wer also nicht bei sich sein kann, ist nicht in der Lage wahrzunehmen, wenn er einen anderen Menschen verletzt, auch wenn es noch so offensichtlich für uns ist. Oder wenn er zum Beispiel auf einen anderen Menschen überträgt, oder er kann nicht wahrnehmen, auch wann genug ist. Er kann das Leiden eines anderen nicht wirklich erkennen. Er fühlt es nicht und auch wenn er etwas sieht, was auf Leiden hindeutet, kann er das nicht richtig einschätzen oder sogar mit seinem eigenen Agieren in Verbindung bringen. Wer seine verdrängte Inhalte auf einen anderen Menschen überträgt und seinen Partner damit verletzt, ist nicht imstande, das zu verstehen. Auch nicht, wenn man es ihm erklärt. Denn übertragen heißt, etwas Unliebsames loswerden müssen, weil man es selber nicht verarbeiten kann. Eine Übertragung von verdrängten Inhalten auf einen anderen Menschen ist eine Entsorgung. Da ist nicht vorgesehen, dass derjenige am nächsten Tag versteht, was er da gemacht hat. Das würde ja bedeuten, dass er die Verantwortung übernimmt und damit den gerade losgewordenen Inhalt auf sich nimmt und fühlt. Ja, wenn man sich zum Beispiel entschuldigt. Wenn jemand sagt, du hast mich gestern verletzt, das und das war mir zu viel und ich merke dann auf einmal, wow, da war ich wirklich drüber. Das ist ja der Moment, wo ich das auf mich nehme und dem anderen von der Schulter nehme. Und das ist genau das, was hier nicht möglich ist. Ja, das wird also genau bei Verdrängung und der folgenden Übertragung gemieden. Auch mein Video zum Thema Projektion ist unten verlinkt. Ja, so kommt es, dass ein Mensch, der seinen unverarbeiteten Schmerz auf jemand anderen übertragen hat, gar nicht erst fähig dazu ist, zu verstehen, dass er das überhaupt gemacht hat. Diese ganzen Verdrehungen, Umkehrungen und Fehlinterpretationen und nicht zuletzt die Panzerwand des Nichtverstehens, durch die man mit nichts auf der Welt durchkommt, besteht aus einer Wahrnehmungsstörung, einem Mangel an Eigenwahrnehmung. Die Leute wissen schlichtweg nicht, was sie gemacht haben sollen und wundern sich dann über die verletzten und verzweifelten Reaktionen ihrer Projektionsobjekte. Ja, nichts anderes sind sie für einen Narzissten. Wir sind für sie Dinge, keine fühlenden Wesen. Sie können uns einfach als solche nicht wahrnehmen. Das haben wir uns nicht eingebildet. Also eine überwiegende Nach-Außen-Orientierung führt geradewegs in diese seltsamen Verdrehungen. Auch diese Umkehrung von Schuld und Verantwortlichkeiten, das beruht auf einer Wahrnehmungsstörung. Was Menschen, die sich selbst nicht richtig wahrnehmen, auch nicht gut können, ist es, Entscheidungen zu treffen. Dafür muss man still werden und den Kontakt zu gewissen Wertesystemen und der inneren Stimme aufnehmen können. Wenn das nicht geht, weil der Verstand von Ast zu Ast springt, ein tierisches Toh, Wabo im Inneren ist und das Überlebenssystem nur damit beschäftigt ist, zu verdrängen und unliebsame Emotionen loszuwerden, kommt man nicht an die Entscheidungsgrundlagen und das Gespür dafür, was stimmig ist und was nicht. Man bekommt einfach keinen Kontakt mit dem Leben. Und toxische Personen können menschlich-emotional keine korrekten Zusammenhänge herstellen. Sie können einfach nicht die richtigen Schlüsse ziehen, weil ihnen das komplexe Wahrnehmen und Verarbeiten von Eindrücken offenbar nicht möglich ist. Sie erfahren und denken in Fragmenten, nicht in komplexen Bildern. Ich vergleiche das gerne schon mal mit zwei verschiedenen Menschen, die vor einem Puzzle sitzen. Der eine hat ein Puzzle mit 5000 Teilen vor sich und hat schon einige Felder zusammengefügt. Hier kann man einen Wald erkennen, dort ist ein Stück Himmel, dahinter eine Pferdeweide, da ist ein Haus. Ein Narzisst sitzt vor demselben Puzzle und hat fast nur Einzelteile vor sich liegen und kann natürlich das gesamte Bild nicht sehen. Also überhaupt nicht. Er kann also die Zusammenhänge zwischen den Fragmenten nicht erkennen. Ein voll erwachter Mensch hingegen, der nicht mehr voll mit verdrängtem Material ist und wirklich in Präsenz ist, hätte das Puzzle fertig und kann das vollständige Bild sehen. Deswegen gibt es Menschen, die viel sehen. Es gibt Menschen, die wenig bis nichts sehen und auch Menschen, die alles sehen. Nämlich die Wahrheit. Das kommt natürlich auch daher, dass ein Mensch mit einem hohen Maß an Eigenwahrnehmung kein oder kaum noch verdrängtes Material in sich trägt. Verdrängtes Material wird nur für den zugänglich und sichtbar, der seinen Blick nach innen wendet. Geschieht das nicht, so schauen wir, ohne es zu merken, immer durch einen Schleier von unverarbeiteten Emotionen hindurch und sehen im Außen, was wir selbst verdrängt haben. Entweder durch eine Projektion, also ich sehe unliebsame Dinge, die eigentlich in mir wohnen, in einem anderen und lehne sie ab. Oder ich erfahre sie durch schmerzhafte Erlebnisse, gerne wiederkehrende. Das sind natürlich die Menschen, die diesen Schmerz fühlen, die auch die Chance haben, daraus zu reifen. Das Maß an Eigenwahrnehmung entscheidet also darüber, wie wir die Welt sehen, denn die Fragmente, die wir zum Zusammenbauen des Bildes brauchen, das wir sehen wollen, befinden sich im Inneren. Sie bilden sich in unserem Gehirn ab. Nicht in den Gedankengebäuden, nicht im Außen, aber in Letzterem halten sich Menschen mit geringer Eigenwahrnehmung meist auf. Also wenn ich sage, sie bilden sich in unserem Gehirn ab, das ist ein Teil, die emotionalen Inhalte, die bilden sich in unseren Körpern hat. Somit, also wir müssen, wir müssen also mit der Aufmerksamkeit deutlich irgendwie nach innen, wir müssen unser Denken und Fühlen kennenlernen. Somit sehen also diese Menschen nicht dasselbe wie ein Mensch, der sehr bei sich ist. Narzissten sehen also immer nur kleine Teile eines Bildes im Außen. Deshalb müssen sie sich zum Beispiel oft bei empathischen und damit emotional ausgereifteren Menschen abschauen, wie man sich verhält. Sie wissen oft überhaupt nicht, was dran ist oder was wohin gehört. Oft fragen sie auch empathische Menschen darüber aus, wie sie das Verhalten von Personen und Situationen zu deuten und zu interpretieren haben und was wohin gehört. Das erst mal dazu. Ich mache mal einen kleinen Schnitt. Normalerweise suchen wir nach unseres Gleichen. Nur das Gleiche kann einander verstehen. Das heißt, unsere Wahl von Menschen, die wir nah an uns heranlassen, beste Freunde, enge Vertraute oder Partner, sind in der Regel bestenfalls Menschen mit dem gleichen Reifungsgrad, wie wir ihn haben, also dem gleichen Grad an Eigenwahrnehmung und damit dem gleichen Blick auf die Welt. Wir fühlen uns richtigerweise zu Menschen hingezogen, die unsere Sicht der Dinge nachvollziehen können und die wiederum auch für uns wahrnehmbar und begreifbar sind. Je größer aber die Andersartigkeit ist, desto weiter ist der betreffende Mensch von uns weg, weil wir keine oder zu wenig Schnittmenge mit diesem Menschen haben. Aufgrund seiner extremen Außenorientierung sieht ein narzisstisch-psychopathisch strukturierter Mensch die Welt ja völlig anders als ein empathischerer Mensch. Und eigentlich haben die beiden einander nicht genug zu sagen, um in eine Beziehung miteinander zu gehen. Aber wir wissen ja, dass sich toxische Menschen gerne dem anderen gleich machen und auch empathische Menschen haben oftmals einen Überlebensmechanismus, der sie zwingt, sich anzupassen, vor allem dann, wenn es um etwas geht. Das passiert auch den Rebellischen unter den Empathen. Jetzt entsteht plötzlich eine Schnittmenge zwischen zwei Menschen, wo eigentlich keine ist, weil der eine so tut, als ob, und der andere sich anpasst. Das ist im Grunde auch so tun, als ob. Ja, und in Wirklichkeit sind aber zwei Menschen aufeinander getroffen, deren Wahrnehmungsradius und damit die Art, wie sie die Welt sehen, unterschiedlich nicht sein könnte. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren. Die Unterschiede sind einfach zu groß. Aber diese Beziehungen sind natürlich Gold wert, um daran zu reifen, zu wachsen und um innerlich frei zu werden, damit unter vielen, vielem anderen auch die richtige Beziehung möglich wird. Ja, eine, die alles hat, was man sich gewünscht hat. Es ist eine zwangsläufige Folge von Reifung. Reifung kommt immer mit einer Erhöhung der Eigenwahrnehmung und Präsenz daher und wenn wir nämlich beginnen, uns im Denken und Fühlen bewusster wahrzunehmen. Und diese Wachheit tilgt alles, was wir nicht sind. Sie nimmt alle Illusionen und sie gibt Frieden und Freiheit frei. Übrig bleibt Präsenz. Man kann auch sagen, reines Bewusstsein. Natürlich ist das auch Liebe. Und darin findet sich alles, wonach ein Mensch sucht. Man kann zusammenfassend sagen, der toxische Partner versteht dich nicht, einfach weil er zu anders ist als du. Er nimmt die Welt und sich selbst völlig anders wahr als du und er funktioniert so anders als du, dass es zwischen euch beiden kaum eine echte Schnittmenge gibt. Schnittmenge besteht nicht daraus, die gleiche Musik gut zu finden oder über die gleichen Jokes zu lachen oder zusammen Autorennen gut zu finden und tollen Sex zu haben. Das ist keine Schnittmenge. Schnittmenge kommt von einem gleichen ethischen Kompass, einem ungefähr gleichen Wertesystem, einem möglichst gleichen Sensibilitätsgrad und damit auch von einem gleichen Grad an Präsenz. Erst unter dieser Voraussetzung versteht man einander und erst dahinter kann die Frage nach gemeinsamen Interessen kommen. Die unterschiedliche Sicht auf den Menschen und das Leben ist nicht kommunizierbar, jedenfalls nicht von dem, der mehr wahrnimmt, zu dem, der weniger wahrnimmt. Deswegen die Panzerwand, da ist einfach nichts. Und ich schließe mit einem Zitat von Friedrich Wilhelm Nietzsche, das das ganze Dilemma in einem Satz beschreibt. Die Tanzenden wurden für verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören konnten. Das ist genau das, was in einer toxischen Beziehung passiert. Besuche gerne meine Website tanja-grundmann.de Dort findest du viele Artikel, ein umfassendes Beratungsangebot zu allen Themen, über die ich, ich muss über den Hahn lachen, ich weiß gar nicht, ob ihr den hört, über die ich spreche und meine Seminarangebote. Ja, ich nehme das jetzt nicht neu auf. Hört ihr den? Ich muss jetzt mal gerade gucken, ob man den hören kann. Alles Liebe euch. Und jetzt nein, Vielen Dank.